Hallo und herzlich willkommen bei Retro Gamble. Ich bin heute mal wieder auf dem Jagd noch ein Ticket und heute habe ich das Spiel King of Avalon. Viel Spaß! Und da sind wir. Müde. Was brauchen wir eigentlich? Oh, Holz, Holz. So, ich möchte ja die Leute nicht wach machen. So spät. So, so, so. 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 So, so, so. So, so. Okay. Wow. Ich glaube, da habe ich auch geblieben lassen. und dann dauert das zwölf Stunden, okay, das ist ja ein bisschen, das dauert ein bisschen. Gut, dann produzieren wir jetzt mal hier Müll im Besitz, Müll im Besitz, und dann will ich es noch verbessern. Was ist das hier? Schrauben wir mal hier nach. Keine, auch kein, kein Dimm. Ich fände besser. Nichts, nichts, nichts. Nichts, nichts. Okay. Brauchst du. Es wäre gut, Leute. Ich fände besser. Gut. 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 Also für die Festung, da muss ich gleich ganz schön viel Holz sammeln. Schauen wir mal, ob wir gehen schaffen, ich denke zwar nicht, aber gucken wir mal. Schauen wir mal. Erst mal die ganzen Kisten suchen. Jetzt kann ich kämpfen gehen. Okay, weiter geht's. Oh. Bei der 11. Ich habe ein paar Stück tausendchen verloren. Also. Also. Ich habe pro kleinen Zwerg 500 Leben verloren. Bei beiden waren ja tausend. Tausendachtzig. Also. Also 540 pro Zwerg. Oder Genom, Koblen, wie auch immer. 2 kommen noch mit dem Boss. Dann hätte ich 200. Ne, das schaffe ich nicht. raus. Verlassen wir. Habe ja die Sachen gefunden. Ja, ja. Egal. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. Ja. 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 Ich brauche auf jeden Fall Holz. Da ist Holz. Ja. 6000 Holz. Ok. 6000 Sammeln. Maschinen. Da ist Holz. Ja. Ja. Ich glaube da geht nichts mehr. Ah. Ja. 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 Ja, ja. Mensch. Das ist schon alles, was ich machen kann. Ich werde meinen Drachen angucken. Gibt's auch nichts. 540 würde ich nicht besiegen können. Nee, nee, nee. Was können wir noch machen? Die Forschung kann ich da noch machen. Ja. Die Forschung. Da müsste ich hin. 14. 13. 13. Los geht. 14. Vielen Dank. Ab 11.15 habe ich eine neue Währung. 100 Stück. Untertitelung. BR 2018 Oh, awesome. Oh, scheiße, die Kriegshelle. Oh, scheiße. Das ist schon jetzt, oder? Gut, dann werde ich die gleich wieder losschicken. 1,3 Minuten. Gut, dann habe ich hier genug von. Oder? Aussehen? Hm, alles. Ich brauche Fernseher. Ui! Boah! Mein Lieber schon. Ich brauche den. Stopp mal. Wollte ich nicht fertig, ist wusste ich nicht weiter. Also ich brauche nur den ein bisschen. Und da war es nicht so. Das ist so 6 Tausend. Wow. Das ist ein paar Sekunden. Das ist ein paar Sekunden. Oh. Genauso lang. Aber sonst kann ich nichts machen. Na gut. Zehn Minuten sind rum. Dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ruhi, mein Ticket abgut und sag Dankeschön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr am nächsten vorbei seid. Wenn das war. Egal. Bis dann, viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.